Sous-Tonien Morgen zusammen. Hier sind wir bei Sous-Tonien, Port Nourn. Hier im Hintergrund sehen wir unser erstes Tagesziel in die Sulz-Fluhe, wo wir per Klettersteig erstiegen. Direkt die Pelswand direkt ins Kreuz. Dann gehen wir weiter ins österreichische, in die Tilsana-Hütte, wo wir uns etwas gönnen. Als ob wir Schneefelder einsteigen, hast du gesagt. Als ob wir Schneefelder einsteigen. Als ob wir Schneefelder einsteigen, dann gehen wir weiter. Komm! 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 Kancel Ja, So, wir kommen zum Berghof. da sieht man zum ersten mal Hier kann man einen Teil davon, wo man dann eventuell je nach Routen auf euch einkommt. Hier kann man einen Teil davon ausprobieren. ... Musik ... Ja, gerade noch ein Stückchen obsidiert, oder? Ja, aber obendurch hat es noch ein bisschen Gras übersetzt. Ja. Richtig obsidiert. Richtige Wand auf. Ein Blick auf die Corsina-Hütte. Richtig obsidiert. Kortsprich. Ja, ja. So. 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 So stark, ha? Mhm. So stark, ha? So stark, ha? I see. So stark, ha? Kuvette. Oni? Mal 3 hans. Mhm. 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 Das war's für heute. Vielleicht habe ich den Käpt'n mitgenommen. Ja. Ja, jetzt geht's gerade um. Schöne Passage, oder? Du musst nur eine Hand loslassen, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Jetzt hast du einen vergessen. Oder wieder einen. Zuschauen, nichts zu sagen. Ah, ich habe ein Gas. Es passt. Das ist die Art Nuunsee. Hier sehen wir Richtung Österreich. Wo wir dann auch noch hinlaufen. Wir haben es geschafft. Gibt es uns früh. 2800. Und etwas. Ein super schöner Aufstieg. Aber auch anstrengend. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jürgen Wurzeln Wollt ihr mich hier drüber? Kannst du? Ja, du kannst da. Die Steinhäufe. Ja. Danke. Ja, ich gehe. Das ist gleich, oder? Das sehen wir jetzt schon. Die Hütte, die La Nuna-Hütte hier. Wie heisst es? Ich weiss es nicht mehr. Und der gleichnamige See hinten drauf. Das ist eine schöne. Wir gehen jetzt eine Frischung, die wir uns verdient haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Amen. 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 Amen.